Wie lange braucht eigentlich ein Privatverkäufer, bis er sich entscheidet, die Immobilie tatsächlich wirklich zu verkaufen? In diesem Video schauen wir uns mal ganz genau an, was da überhaupt so an Journey, an Reise eines Verkäufers überhaupt passiert. Also die erste Frage ist, was schätzt du, was glaubst du, wie lange das dauert? Schreib mal gerne auch hier in die Kommentare rein dazu, was denn so deine Erfahrungen in diesem Bereich sind. Also der erste Punkt ist, wie lange dauert das? Wenn wir uns das mal anschauen, guck mal, heute sitzen zwei Menschen und im Übrigen in ganz Deutschland sitzen jetzt wieder heute Menschen zu Hause, beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendessen und überlegen, sollen wir unsere Immobilie nicht verkaufen? Also Peter und Heike sitzen beim Abendessen und Peter hat sich heute wieder wirklich abgemüht, in seinem Garten den zu mähen. Jetzt ist ja der Sommer am Start, das heißt regelmäßiges Mähen des Gartens ist wichtig und hier stellt sich ja ganz schnell heraus, am Ende des Tages, habe ich noch Bock, habe ich Lust, kann ich es überhaupt noch? Und dann sitzen sie abends beim Essen und sagen, ach, Heike sagt, wollen wir nicht verkaufen. Und muss ihn vielleicht so ein bisschen überreden. Häufig ist es irgendein Schmerz, nicht häufig, immer ist es irgendein Schmerzpunkt, der letztendlich auslöst, dass die Immobilie verkauft wird. Und was passiert jetzt, wenn jetzt diese Entscheidung getroffen wird, dass man sagt, ja, sollten wir mal drüber nachdenken? Weil die meisten Menschen treffen keine klare Entscheidung. Ja, alles klar, wir verkaufen. Sondern erst mal, ja, können wir ja mal drüber nachdenken. Und jetzt geht es erst mal los. Okay, Freunde, die Kinder, Hund, Katze, Maus wird gefragt, sollen wir das machen? Warum, weshalb, wieso? Das heißt also, gewisse Informationsbeschaffung findet jetzt statt. Und das kann bei vielen schon wirklich eine ganze Zeit lang dauern, bis die überhaupt weiterkommen, bis die zu einer finalen Entscheidung kommen. Dann ist auch die Frage, machen wir es privat oder haben wir einen Makler? Ist jetzt in der privaten, im privaten Umfeld ein Makler in der Umgebung, dann ist vielleicht die Entscheidung sogar ein bisschen leichter, weil im Netzwerk jemand da ist. Ist ein Banker? Dann fragt man den Banker, zum Beispiel der Bruder. Der hat zwar keine Ahnung vom Immobilienverkauf, aber da der ja Banker ist, der muss da ja Ahnung haben. Also wird der befragt und so weiter. Diese ganze Nummer kann von drei Monaten bis zu zwei Jahren dauern. Warum und woher weiß ich das? Als ich als Immobilienmakler sehr viele Events gemacht habe, also regelmäßige Veranstaltungen für Immobilienverkäufer, ist mir das sehr schnell aufgefallen, wie viele Leute schon da waren. Also am Rande oder die Entscheidung schon gefällt haben, ja, wir wollen jetzt verkaufen. Und diese Leute haben alle gesagt, sie haben mehrere Monate, eben bis zu zwei Jahren gebraucht, um diese Entscheidung zu fällen. Dann waren Leute, die in diesem Moment zu Hause saßen und sagten, sollen verkaufen, haben dann meine Anzeige gesehen. Hey, hier Seminar Immobilienverkauf ohne Makler und haben dann sich meine Veranstaltung angeschaut und haben mir dann gesagt, ja, wir sind noch nicht so weit. Oder ich war beim Einkaufstermin und am Ende des Tages kam dann so Schritt für Schritt raus, sie brauchen noch Zeit. Vielleicht im nächsten oder im übernächsten Jahr, weil noch viele Dinge zu tun sind. So, und jetzt kommt die wichtige, entscheidende Sache für den Immobilienmakler. Denn die meisten Immobilienmakler sind jetzt in der Situation, dass sie sehr ungeduldig sind. Und wenn nicht sofort ein Auftrag dabei rauskommt, dann haben sie keine Lust mehr oder sie verlieren die Lust. Und die wenigsten, die wenigsten Immobilienmakler bleiben an dieser Nummer dran. Also, erster Punkt ist, du musst wirklich dauerhaft, wie so eine Art Follow-up, an den Leuten dranbleiben. Was ich auch probiert habe, ja, jetzt machst du E-Mail-Sequenzen. Leute, du musst den Hörer in die Hand nehmen und musst die Leute anrufen. Wie geht es ihnen? Wie läuft es denn? Wie weit sind sie denn mit ihrer Entscheidung? Ja, du musst einfach dranbleiben an den Leuten. Du musst eine persönliche Beziehung aufbauen. Sonst funktioniert es einfach nicht. That's it. Du kannst keinen 55- oder 60-Jährigen mit E-Mail-Marketing, das mag zwar alles schön und lustig sein, aber aktuell Hörer in die Hand mit den Leuten sprechen. So, das ist das Erste. Des Weiteren, diese ganze Reise hat einen Gipfel. Und zwar den Zeitpunkt, wo du sagst, jetzt machen wir was. Und da musst du als Makler da sein. Da musst du als Makler präsent sein. Und präsent bedeutet, dass auch während der Zeit die Person ja immer wieder durch die Gegend fährt. Ja, du hast ja zum Beispiel keinen Laden. Also du bist nicht sichtbar. Du hast keine Werbung. Du hast keine Flyer. Du hast keine Print. Du hast all diese ganzen Dinge nicht. Am Ende des Tages bekommt derjenige den Auftrag, der zu dem Zeitpunkt, wo die Person wirklich die finale Entscheidung trifft, jetzt geht's los. Also den Startknopf drückt. Wer dann im Kopf des Verkäufers ist, der wird den Auftrag bekommen und niemand anders. Und das solltest du sein. Und aus diesem einfachen Grund musst du dich eben mit Immobilienmakler sein, auf Champions League Niveau beschäftigen. Und es geht immer nicht nur um den nächsten Auftrag, sondern es geht auch um den übernächsten und überübernächsten Auftrag. Und vor allen Dingen auch den Auftrag nicht nur morgen und übermorgen, sondern in einem Jahr, in einem halben Jahr, auch in zwei Jahren musst du Aufträge haben. Und das ist wie so ein Schneeräumer-Effekt, wenn du das eben professionell und richtig machst. Vielleicht nicht jetzt sofort, aber in Zukunft. In diesem Sinne viel Erfolg dabei und folgt mir gerne. Lass ein Abo da und auch gerne ein Like. Und wir sehen uns vielleicht demnächst in einer persönlichen Beratung. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir dir auch helfen könnten, dich als Immobilienmakler nach vorne zu entwickeln. In diesem Sinne alles Gute. Bis dahin. Ciao.